Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Spreche ich mit, ähm, Nils? Ja, so ist das. Sie sind live auf Antenne 7. Okay. Jemand, der Ihnen nahe steht, hielt es für eine gute Idee, Sie einfach mal grüßen zu lassen. Haben Sie eine Idee, wer das sein könnte? Nein, überhaupt nicht. Einfach mal tippen. Nee, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Sind Sie noch dran? Ja, ich bin noch dran. Noch einen Versuch. Ich habe keine Ahnung, was ist denn Antenne? Ich weiß nicht mal, was Antenne 7 ist. Es grüßt ganz herzlich die Cornelia. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen, bis zum nächsten Mal.